Es hat uns soeben die schreckliche Nachricht erreicht, dass in Südfrankreich ein Flugzeug einer deutschen Fluggesellschaft abgestürzt ist. Wir haben sofort einen Krisenstab eingerichtet, der Einzelheiten zu dieser Katastrophe jetzt in Erfahrung zu bringen versucht. Eine Krisenhotline unter der Nummer 030 5000 3000 ist eingerichtet. Wir stehen in engstem Kontakt zu den französischen Behörden. Ich habe bereits mit meinem französischen Kollegen Fabius Kontakt gehabt. Wir werden auf das engste zusammenarbeiten. Und ich will jetzt schon der französischen Regierung danken, die sofort und umsichtig gehandelt hat. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei all denjenigen, die darum fürchten müssen, dass ihre Angehörigen unter den Passagieren oder den Besatzungsmitgliedern sind.